Der Stein, Arya. Gib mir den Stein, dann wirst du leben. Garschla. Und dann wies das Schicksal auf einen Bauernjungen namens Aragorn. Ihm war es bestimmt, unsere Welt zu verändern. Diese Animationen sind immer richtig schlecht. Das ist auch nur ein Witz, Leute. Oh Gott. Call of Duty Style. Hier das andere, das Teil wird nicht ausgeleitet. Yeah! Bechers. Der Buckel. Normal. Levelzusammenfassung. Der Buckel. Aragorn. Besiegt auf eine Null. Gesammelte Kraftkugeln. Null. Schwierigkeit, Grad. Normal. Verstecktes Ei gefunden. Nein. Wie soll ein Ei? Das können wir jetzt machen. Los, wir machen das Level nochmal. Das kriegen wir besser hin. Oh, jetzt bin ich auf A gekommen. Okay. Erzähl mit Kombis Vorurteile. BAA Rückstoß. ABB Niederschlag. ABA Betäubungsangriff. BAB Packenkombi. Ich will den Roundhouse-Kick machen. Der ist cool. Wie das Bohren ist, ne? Der Drache wuchs schnell. So wie das Band zwischen ihnen und Erden lernte, dass sie ohne zu sprechen kommunizieren konnten. Elbatorix in des war außer sich über den Verlust des Eis und Befall Doza es zu finden. Er fürchtete, dass ein neuer Reiter den Widerstand einer Gruppe namens Warten stärken würde. Oh Gott, die Geschichte wird mir ein bisschen zu simpel erklärt. Karvahal. Hab ich doch gesagt, du Arsch. Schst, nicht was zu fressen gekriegt, jetzt schnauze ich halt. Let's play! Ach ja. In Aragons Heimatstadt Karvahal erzählt ihm der alte Brom von Galbatorix' Aufstieg zur Macht. Wie er die Drachenreiter der alten Zeit verriet und ermordete. Doch solche Worte galten im Land als Verrat. Weitere üble Dinge ereigneten sich in jener Nacht, als Doza seinen Dienern, dem Razzak befahl, die Stadt zu durchführen. Du hättest sie in Ruhe lassen sollen! Dafür wirst du hin, Brot! Du hast Probleme, Kleiner! Halte ihn fest! In der Hölle fernst du, Schmuck! Noch einen! Konzentrier dich! Boah, hier geht's Action auf Action über! Bäm! Und immer in die Fressleiste! Was ist er? Deine Mutter ist tot! Bamm! Roundhouse Kick! Nochmal! Also B, A, B! Bamm! Roundhouse Kick! Vor allem wie ich die jedem hier die Scheiße erstmal runterhaue, ey! Bamm, Bamm! Bamm, 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 Bamm! Bamm! Und immer wieder drauf! Da kann ich nix! Und hochspringen! Richtig ziehen, wenn ich schnell hochspringen! Und Gläserstelle aktivieren! Was ist denn das hier? Könnte ich das aufnehmen? Vor allem, so ging's gar nicht ab in der Geschichte! Boah, da hab ich coole Attacken kennengelernt! Okay, ich hab... Hey, hab ich... Bin ich ja ausgewichen da! Bin ich ja auch kaputt, nein! Oh! Störf, störf, störf! Störf, störf! Störf! Alter, seine Mutter ruhig! Alter, wie viele hatten denn sie drinnen? Bam! Boah, hab ich nen Schirm in die Weichdeile gekloppt, alter! Schnell, sonst sind wir beide tot! Ah, ein Getrohle! Was? Was soll ich jetzt machen? Wie soll... Wie hat denn der... Okay, keine Ahnung! Ich weiß erst mal Geschichten, so Bücher, Videospielen... Und hast du nicht gesehen? Videospielen, Büchern und Filmen kann man jetzt nicht miteinander vergleichen. Geht einfach nicht. Ah, wie diese Geschichte erzählt wird... Ach du Scheiße. Ich seh schwarz. Vor allem die... Kameraführungen... Vor allem, warum töten die jetzt alle? Okay, ich hab keine Ahnung. Bam, 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 bam. Keine Ahnung, wie man sich verteidigt. Nein, warum... Was machen wir jetzt oberen jetzt hier? Warum töten die jetzt alle? Wie denn? Ach, X! Genau! Hö! Soll ich irgendwie rollen oder so? Alter! Aua! Vor allem wenn ich dann blocken will, ist es zu spät. Vorspringen und Jump! Vorspringen und Jump! Ich bin down! Ist das gut? Gäden haben versagt. Fortsetzen! Mal! Okay, nix! Durchsas Schaden! Der Stomp wird nicht offen! Boah, damit hat er nicht gerechnet! Da war ich einfach cleverer als er! So, jetzt verteidigen! Genau! Und jetzt wieder drauf fahren! Wieder verteidigen! Ich sehe nix mehr! Ich sehe nix mehr! Da klaut er mir den Punkt! Normal, ich stelle hier das gleiche! Okay, nix hier! Ja, guck, wenn ich konzentrieren will, ist es wieder auf mich! Ha! So, das scheint jetzt ein bisschen besser zu laufen hier! Aua! Aua! Ey, was ist der gerade? Gibt es nicht der dafür. Ist klar. Los, Schädelspalter. Okay, hier ist nichts mehr. Boah, schön dick in die Fresse. Gebatscht, Alter. Er klappt sich schon wieder die Punkte. Gute Arbeit. Da drüben! Schnapp sie! Du wirst sterben. Hilfe, hier drüben! Nein! Nein, nein, nein! Ich weiß nichts von einem blauen Stein. Nein! Nein!